Seit 1973 ist Pius Glasi Ihr kompetenter Fachmann für Glas- und Glasverarbeitung. In unserem Firmengebäude in Emmenbrücke stehen eine breite Palette von verschiedenen Gläsern und modernste Produktionsmaschinen für Sie bereit. Egal ob allgemeine Glaserarbeiten oder Sonderanfertigungen nach Ihren Wünschen, wir bearbeiten Ihren Auftrag kompetent, schnell und mit absoluter Präzision. Zu unserem Dienstleistungsangebot zählen nicht nur Reparaturen, Renovationen und Neuverglasungen von höchster Qualität. Wir bieten Ihnen auch für Spezialfälle kostengünstige Lösungen. Muss beispielsweise Ihr Schaufenster ersetzt werden? Kein Problem für Pius Glasi. Wir garantieren Ihnen eine fachmännische Organisation von der Beschaffung über die Lieferung bis zur termingerechten Montage. Profitieren Sie von unserem Know-how. Und selbst bei Notfällen sind wir für Sie da. Kontaktieren Sie einfach unsere Notfallnummer 041 280 34 12 und wir reparieren zu jeder Tages- und Nachtzeit Ihr kaputtes Glas in einem Umkreis von 40 Kilometern rund um Luzern. Pius Glasi – Ihr Glasfachmann mit Charme 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 Pius Glasi – Ihr Glasfachmann mit Charme